Tomáš Dolana, malheureusement eine Däfete dieses Soir in einem Match, der wichtig war für die Lütte für den Top 6. Wir haben jetzt schon ein paar Regrets nach dem Match. Welche sind deine Impression auf diesem Match? Ja, wir haben heute eigentlich gut gespielt. Ich glaube, es war ein ziemlich schönes Spiel, aber im dritten Drittel haben wir zu lange einfach Unterzahl gespielt, und das hat entschieden. Wie du gesagt hast, du hast heute ein guter Match, aber du hattest auch auf einem excellenten Gardner, in der Ende des Matches. Du hast zwei, drei Gäste gespielt, und das hat heute die Unterschiede gemacht. Beide Tore waren wirklich unglaublich heute. Die waren wirklich stark. Ja, so war es. Vielen Dank, Tomáš Dolana, und gute Fête de fin d'année.